Munition kaufen, Panzerung kaufen. Und los geht's! Und los geht's! Mit den Peace & Love Losers, wir sind auf der ganzen Industrie. Aber wir brauchen ein paar Professionale-grade Precursor Chemikal für die ganze Lab-Setup. Was ist ein Precursor Chemikal, Dex? Oh, eine Frage, Freshme. Ich habe keine Freaking-Idea. Aber ich werde dir über meine Personal Physiker für die Nerd-Setup. Lab-Round! Geh hier und erzähle Freshme, was ein Precursor Chemikal ist. Hey, ist das Ding auf? Okay, mein Freund, Precursor Chemikal. The Building Blocks. Ich werde dir die Lektion-Organik-Chem und sagen Acid ist nicht Meth, du meinst. Du musst mehr als ein Großer-Store machen. Ich werde dir die Magik passieren. Die meisten der Chemikalien sind ziemlich rare, und sie sind auf der Regierung's Black-List. Du kannst sie kaufen ohne ein D.E.A. zu sehen. Also, wir müssen sie. Das stimmt. Und wenn es zu high-quality, federale Prohibitionen Chemikalien, Humane Labs ist die einzige in der Stadt. Jetzt. Du bist eine andere Person mit ein paar Hacking-Tools, oder? Als du durch die Tür gehst, werden wir eine Art von Intel auf dem Inventory brauchen. Wir müssen eine Art von Intel auf dem Inventory. Wir müssen eine Art von Piktol-Habrat, und wir nehmen sie von dort. So weit, so spannend. Hier bin ich auch immer noch gut der Hoffnung, dass ich das Ganze schaffe, ohne aufzufallen. Aber vielleicht ist das Ganze auch wie so oft drauf angelegt, dass es eine riesen Ballerei gibt. Das ist ein Beispiel. Wenn man auf dem Inventory aufhören, dann hacken wir in den Inventory. Ersinnung. Das ist ein Beispiel. Das ist ja so oft. Da sind's von einer Milchzeit-Bilden-Bilden-Dean-Desk Millionaire hat, Die N Infos-Seite-Bilden-Dean-Recher-Ssite-Bebon. Ist das zu schaffe, einfach ein Programm herunterge, dass du nicht gut aus dem Ballern kann. dura, bitte auf das Staunsch. Und das ist das, wenn dein Geist. Vielen Dank. 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 So, heimlich stehen und leise geschafft bis zur Tür. Vielen Dank. Okay. Oh, okay. Ich habe ich da schon. Okay. Ich habe ich schon. Ja, ich habe ich da. Ja, ich habe ich da. Ich habe doch schon die ganze Zeit. Ich habe ich da. Ja, ich habe ich da. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 As soon as you're there, start cracking shit open. The only chemicals on there are the ones we need. Go, go, go! You know, I'm looking at this manifest, and I'm kind of impressed at how many biohazards they managed to get onto one tree. Don't stand in any weird sludge for too long, okay? Might burn off your toes. Don't stand in any weird sludge. Don't stand in any weird sludge. Don't stand in any weird sludge. You fucking idiot! I'm like a bitch! Drop it! Go for it! Fucking loser! Get me out of here! You fucking penis! Back up, people! Back up, people! Go! 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 Hey, go! Die Bordern sind nicht in! Und auch so. Es ist vorbei. Was ist das? Ach Scheisse, ich wusste es, ich wusste es, es war das letzte Mal schon so mühsam, ich kann wenigstens neu starten. Ich bin nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, The only chemicals on there are the ones we need. Go, go, go! You know, I'm looking at this manifest. I'm kind of impressed at how many biohazards they managed to get onto one tree. Don't stand in any weird sludge for too long, okay? Might burn off your toes. Okay, I'll fire over there! Bring out the machine, right now! Come on! Das Auto erlaubt mir dann immer wieder mich ein bisschen zu erholen. Da ist nix. Das ist nix. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Move back! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einzelmen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 okay in den letzten get all the chemicals, grab that truck thing on there too the blueprints look insane, i love it do you see what i see? because i see a truck lab on wheels oh yeah! you mother- i'll cover you asshole! cover me bitch holy shit oh this is gonna be fucking awesome try her a new mobile lab right back to the free shop shh 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 Ich denke, das ist der kürzeste Weg. Ja, war ja gar nicht so schlimm. Schlimm genug, aber nicht so schlimm. Hier ist Meriwether. Zwei Vellas von der gleichen Türkei. Be sure to wipe your ass, okay? Das letzte Mal habe ich das da ohne gepanzertes Fahrzeug und das ist elend da. Mit den Helis die da immer wieder kommen, aber eben die Helis kommen eben nur drei oder vier Mal und dann sind die... Dann ist es vorbei und ausgestanden. Das ist eben auch noch gut zu wissen. Das ist eben nicht so schlimm. Das ist eben nicht so schlimm. Und das war's. Jetzt bin ich auf die Belohnung gespannt. Das war's. 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 Das war's.